hallo zusammen heute gibt es mal wieder ein unboxing video und zwar habe ich mir ein outdoor handy bestellt von der firma blackview kommen wir mal zu den technischen daten das ist das modell blackview bv 7100 es kommt mit einem octa core 2,0 gigahertz es hat eine extrem hohe akkuleistung mit 13.000 milliampere stunden außerdem hat 6 gigabyte ram und 128 gigabyte rom außerdem eine frontkamera mit 8 megapixel und eine rückkamera mit 12 megapixel so dann wollen wir mal reinschauen eine kiste ist richtig fertig sieht hübsch aus nett bedruckt und will sich auch der deckel nicht lösen schauen wir mal rein so sieht es jetzt aus schon mal mächtig groß und mächtig schwer also das ist mal richtiger klopper kann ich euch sagen dagegen ist mein kleines huawei p20 pro wirklich klein das ist der vergleich neu gegen alt und das ist das ist richtig richtig schwer ja ich bin mal gespannt das hat hier so so gummie ecken ich packe es jetzt erst mal aus aus dem plastik gedöns also so sieht das gute stück jetzt aus vom gewicht das ist das ist wirklich wahnsinn und überhaupt nicht zu vergleichen mit einem normalen handy dieses outdoor handy ich packe es jetzt mal eben an die seite und schauen wir noch an was sonst noch in der box drin ist klar stecker ladekabel usb zu usb ist drin das ist ein fast charger dann natürlich die bedienungsanleitung etwas was ähnlich aussieht wie ein klektron dann heiter weiter einmal die folie abziehen sieht es nicht gut aus schaut mal also dieses outdoor handy ist ein richtig schweres geschütz schaut euch das mal an wie hoch das ist und dazu mein huawei mein altes ja ich bin mal gespannt wie sich das macht dann versuchen wir mal das ding in gang zu kriegen da ist ein orangenes knöpfchen da geht es an es kommt also mit android 12 war mir auch wichtig und jetzt fährt gerade hoch da ich keine sinn karte benutze für dieses handy überspringe ich den teil so und jetzt sucht es natürlich mein wlan passwort eingeben passwort eingegeben smartphone wird vorbereitet ihr fragt euch sicherlich wie ich jetzt das handy an meinen sp connect halterung an der indien hinkriege ich habe eigentlich eine klammer halterung die sieht so aus aber dieses handy ist viel zu breit das passt also gar nicht ergo muss ich auch was anderes um switchen und zwar habe ich immer noch eine universal halterung also ein nupsi den ich hinten drauf kleben kann dann kommt jetzt der einfach hinten auf den rücken um das zu befestigen das ist hier eine alterungs platte mit der sp connect verbindungsschraube jetzt ist das handy soweit hochgefahren jetzt muss ich noch mich in den play store einloggen damit ich mir wieder mein kalimoto runterziehen kann und natürlich auch das ist das handy soweit hochgefahren auch alle offline karten so und jetzt lade ich mir mein kalimoto wieder runter ich kann kalimoto ja auf jedem android gerät verwenden wenn ich mich mit derselben id vom google play store dort anmelde so kalimoto wird geladen da das handy jetzt etwas größer ist als das alte huawei werde ich mir wahrscheinlich überlegen das quer dann anzubringen an der indien anstatt hochkant so kalimoto hat sich jetzt endlich installiert und jetzt schauen wir mal jetzt muss ich mich noch einloggen jetzt muss ich mich noch einloggen mit nutzernamen anmelden Nusswetter habe ich schon und schon bin ich auch bei Kalimoto und kann mir jetzt wieder meine Tugend anschauen. Natürlich braucht er jetzt ein bisschen, bis er sich wieder alles geladen hat. Jetzt ist aus dem Unboxing sogar noch eine kleine Kalimoto Einrichtung geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Den Link zum Handy, zu diesem Blackview Outdoor Handy findet ihr unten in der Beschreibung und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal und ich halte euch mit diesem Handy auf dem Laufenden. Ciao!